einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal wieder leider etwas spät weil wir haben jetzt den fünften filme und serien und ich habe auch schon wieder liste gemacht die liste ist diesmal ein bisschen anders ich fange an mit amazon netflix zum schluss kommt tv und dann am ende bluways ich werde mich auch wieder versuchen kurz zu fassen aber das gelingt mir meistens nicht also so dann haben wir geguckt firebreaker den habe ich geguckt nicht wir den habe ich geguckt dessen animationsfilm und den habe ich nicht geguckt weil meine frau keine animationsfilme mag also deswegen habe ich den alleine geguckt jetzt darum dass es kein anime sondern ein richtig animationsfilm so wie batman superman und so hatte da alle gibt und ja der hat ist irgendwie so ein kaiju und mensch die haben ein kind das ist er und er wird ein könig oder soll und ich will auch nicht so viel verraten und spoiler ich euch zu viel mir hat er gefallen für meine frau war er nichts dann habe ich geguckt miss meadows auch alleine weil wir haben uns den trailer bei amazon angeguckt und hat meiner frau nicht gefallen warum weiß ich nicht schatzi warum hat er dir nicht gefallen einfach so einfach so und da habe ich mir dann halt alleine drin gedreht das geht darum was kann ich davon erzählen ohne euch zu spoilern um diese miss meadows die killt leute böse leute warum und wie das alles kommt erfahrt am film da kann ich euch nicht zu viel spoilern kann auch nicht zu viel aus der story rausnehmen dann spoilern ich euch auch naja dann haben wir geguckt zusammen american ultra den kannte schatzi noch nicht ich habe schon ein paar mal geguckt und hatte jetzt noch mal bock drauf und habe mir den mit schatzi jetzt noch mal angeguckt auf amazon war auch gratis und ja den fangen wir bitte gut schön action ein paar lustige szenen mit bei am anfang hat schatzi überhaupt nicht durchgesehen aber dann im laufe der story auf jeden fall und ist ein film den ich euch wirklich ans herz legen kann der ist wirklich erste sahne und ich mag auch den schauspieler den typen ich weiß nicht wie der heißt aber der ist cool und die tussi auch das ist die von ich glaube das ist so ja die bella von twilight die da ist mit bei ist ich bin mir aber nicht sicher dann haben wir geguckt auf amazon für 4 euro 99 oder 3 euro 99 ausgeliehen der schwarze nazi das ist ein deutscher film oder österreich deutscher oder ein österreichischer film ich weiß es jetzt nicht und da geht es darum der schwarze der will deutscher werden also einbürgerung und lernt dafür doch muss ein deutscher film sein und lernt dafür und wird aber in u-bahnen überall angeguckt und fühlt sich unwohl aber mag die mentalität hier und mag auch die musik aber auch trotzdem ist er nach heimat verwurzelt und hört auch seine musik und so und dann hat er einen unfall und vorher war er irgendwo auf dem marktplatz und da hat er so eine wie hießen sie mpo haben da gesprochen das ist eine rechte partei mpo heißt die da im film und die haben gesprochen und nach dem seinem unfall ja radikalisiert er sich da auch und wird irgendwie ja sozusagen rechts und ja egal den rest kann ich nicht sagen sonst spoiler ich euch das alles der will denn was machen womit die partei nicht zufrieden ist und guckt euch den an der ist echt gut dann habe ich geguckt das habe ich ja im live stream schon gesagt team titans welche wartet der judas auftrag der war gut der war der war richtig gut da war jetzt zwar robin mit bei aber auch nightwing also nightwing war ja früher robin und dann ist robin zu nightwing geworden und der jetzige robin ist ja der richtige sohn von batman den der mit der tochter von ras al ghul zusammen hat und ras al ghul ist ja der boss von der von der hand so heißt die organisation die hand sind so killer aber geil also war gut und da waren auch noch ein paar andere mit bei blue beetle war noch mit bei der grüne der immer bei team titans mit bei war die tussi die immer mit bei war die jetzt übrigens mit nightwing zusammen ist und auch mit nightwing zusammengezogen ist der ja ehemals batman robin war wir waren noch mit bei die biete flash war kurz am anfang dann noch mit bei und red arrow oder so die waren am anfang halt noch mit bei irgendwie und dann geht es dann halt irgendwie in die zukunft oder zurück oder in die zukunft ja ja guckt euch das an das ist jedenfalls sehr interessant und mir hat es echt spaß gemacht ist ein ist ein richtig schöner schöner film geworden da sind jetzt noch auf meiner liste sechs filme animationen die noch nicht in deutschland erschienen sind oder beziehungsweise erschienen sind aber nicht in deutsch und die müssten jetzt rein theoretisch nach und nach kommen ich hoffe ja drauf dann habe ich mir die komplette fünfte staffel von grimm angeguckt die ist auf amazon jetzt weiß ich nicht seit ein paar tagen drin habe ich jetzt erst festgestellt und habe ich mir die komplette fünfte staffel drin gedreht innerhalb von zwei tagen richtig geil 21 folgen und die staffel 6 ist schon im dreh in amerika oder sind schon dabei zu machen jetzt warte ich darauf dass der tat auch nach deutschland kommt richtig geile serie dann habe ich preacher staffel 2 angefangen da habe ich gestern teil 3 geguckt am ersten in der ersten woche kamen gleich zwei folgen am 26 und 27 gestern kam eine folge jetzt hoffe ich ja dass heute abend vielleicht auch weil gestern früh kamen die auch nicht online ich glaube die stellen weil es ab 18 ist erst abends online ich weiß es nicht ich hoffe dass vielleicht heute noch eine folge kommt ich weiß es nicht jedenfalls sind bis jetzt drei folgen da und ist mit wieder mit jesse und mit dem prediger dann mit dem vampir und mit der julep und so und nimmt gerade richtig fahrt auf die suchen jetzt gott ja es und dann ist da so ein killer auf die angesetzt der schutzheilige der killer geil richtig geil müsst ihr euch drin drehen american gods habe ich weiter geguckt und ist er jetzt zu ende mit folge acht und jetzt hat er sich endlich geoutet jetzt hat er hat shadowy gefragt wer sind sie na fragt mich doch shadow du weißt es doch wer sind sie du würdest es mir nicht glauben wenn ich es dir sage und dann hat er gesagt ich bin der einäugige ich bin votan geil und ein blitz donner alle dunkel geworden und dann war ost haria mit bei also die am gleichen tag wie ostern ist ja also ist aber alt osten heidnischen ost haria die schutzheilige ernte und so hat alle die alle verdorren lassen und wenn die menschen sie jetzt nicht anbeten bleibt verdorrt sondern die motto haben sie sich ausgedrückt denn ist seine zombie freundin gekommen alter schalter leck mich am arsch und dann ist ende nach acht wollen es ist zum kotzen und jetzt muss man hoffen dass dabei und schnellstmöglich staffel zwei nachgelegt wird also amazon reiß dich zusammen macht das jetzt dann habe ich mit meiner frau die letzten folgen von liesel weppen geguckt auch eine geile serie da bin ich durch meine frau drauf gekommen die hat sie mir empfohlen ich hatte die ja schon mal gesehen und dann dachte ich das war so ein kultfilm das haben wir doch bestimmt verhurt und verhunzt und und habe mich da nicht so ran getraut und hat schatzi gesagt doch das habe ich gesehen ist geil und das mal gucken und da habe ich gesagt naja machen wir und dann echt geil also die schauspieler sind gut haben sie gut gecastet passende jüterin zwischen menschliche zwischen den beiden wird gut vermittelt ich kann es nur empfehlen waren 21 folgen glaube ich auch und da warten wir jetzt auch händeringend auf staffel zwei so dann haben wir bei netflix geguckt ohne limits ohne limit das hatten sie auch bei amazon in diesen komischen amazon channels die amazon hat jetzt neuerdings irgendwelche fucking channels eingerichtet die halt für 4 euro 99 monatlich extra kosten fasst euch am kopf dann nicht so ein scheiß channel ja dreck scheiße aber es kommen halt immer noch normale filme für amazon prime raus aber wesentlich weniger als früher muss ich feststellen und deswegen haben wir das dann halt auf netflix geguckt das no limits das ist der anfang also praktisch der film zu der serie limitless wo ich euch schon mal darüber berichtet hatte vor zwei monaten oder so oder drei wo ich oder wo ich angefangen hatte mit der mit der reihe hier in den ersten videos da habe ich davon erzählt die ist richtig geil und das ist praktisch der anfang davon aber mit da geht es halt nicht um den schauspieler in der serie aber da sieht man wie alles angefangen hat geil dann all about steve haben wir geguckt mit auf wie heißen die sandra bullock genau sandra bullock genau die so heißt die die verfolgt den steve der da kameramann ist mit dem hat sie vorher ein date wollte eigentlich nicht dann doch weil er süß ist und die ist quiz designerin und ist irgendwie verpeilt auf eine liebe art und weise ist auch total verquatscht die die quatscht quatsch 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 also so wie ich also dies so wie ich in weiblich bloß ein bisschen intelligenter so also und dann kann ich euch ja nicht alles erzählen einen spoiler wieder zu viel guckt euch auf jeden fall an also das ist der ist sehr lustig die lernt dann auch noch leute kennen und ja dann verfolgen sie den steve weiterhin und es ist lustig ist sehr sehr lustig also schatzi hat die feiert die fand den gut so dann haben wir geguckt wolfgang und anneliese früh also wolfgang anneliese hutzen fichler so heißen die wirklich also die kunstrollen fröhliche weihnachten und zwar ist das mit annelie mit mit quatsch anneliese bastians pastefka und anke engelke die machen halt diese fröhliche weihnacht gibt es auch mit fröhlichem frühling wir haben jetzt die folge 2007 und 2009 geguckt ich kenne es schon immer auswendig ich finde es immer wieder lustig und ich finde es echt megamäßig schade dass da nicht noch mal was kam kam vorher auf sat 1 pastefka ist jetzt auch zu prime gewandert also zu amazon gewandert die machen jetzt ab januar pastefka weiter ab januar doch ab januar 2018 geht dann die serie pastefka weiter aber jetzt bei amazon jetzt hoffe ich ja dass amazon sagt ähm geil das läuft mit dem pastefka weil mit dem schweighöfer die serie kam mir jetzt nicht so gut an ähm das läuft lass uns doch noch fröhliche weihnachten und fröhlichen frühling oder so noch mal aufleben und dann einmal im jahr da einen film zu machen also das ist ja so filmformat ist es geht ja über eine stunde anderthalb stunde oder so das ist mein mein hoffen so dann habe ich geguckt the last kingdom staffel 2 habe ich auch nur geschafft ein zwei folgen wieder zu gucken also die ist komplett da aber ich habe nur ein zwei folgen geschafft ähm ja geht auch noch weiter dann the ranch haben wir angefangen teil 1 auf netflix das ist mit mit eschten kutscher hat aber eine andere stimme ja da haben schatzi und ich kurz rein geguckt schatzi hat am anfang schon die hat zwei drei sätze gehört hat ihr nicht gefallen halt gleich weg gemacht ich habe dann auch noch nicht geschafft weiter zu gucken ich will aber noch in die erste folge mir mal komplett angucken und dann mir erst eine meinung bilden also kann ich bis jetzt noch nichts wirkliche zu sagen so und jetzt nicht lachen jetzt kommen wir zu tv meine frau war ja krank das weiß ja der eine oder andere dass sie da war und dass sie krank war deswegen haben wir die so streaming challenge nicht gemacht die wenn wir diesen monat irgendwann noch machen und da meine frau krank war ging denn hier öfters mal live programm also live tv so wie er jetzt da auch gerade seht läuft gerade vox und da haben wir geguckt mein kind dein kind wie erziehst du dein fragezeichen dann haben wir geguckt shopping queen dann haben wir geguckt vier hochzeiten und eine traumreise dann zwischen tüll und tränen hautnah die tierklinik das perfekte dinner ja und so die reihe wird auch abgespielt also das fängt um 13 uhr an und hört um 20 uhr auf ist das so oder ja schatzi nickt und grinst sich hinweg ja also das ging wirklich die ganze zeit wo schatzi krank war 13 uhr und dann wurde das abgearbeitet ja kann ich nicht so viel sagen haben wir halt geguckt dann habe ich eine neue serie entdeckt auf sky incorporated nennt die sich da habe ich jetzt erst eine folge geguckt das spielt auch in der zukunft und irgendwie mit zwei menschen also die sind haben mehr geld die haben nichts und die reichen gehen dann zu den armen und so aber halt alle sehr überspitzt und also es sieht so im ersten umblick echt geil aus also da bin ich mal gespannt auf die zweite folge dann haben wir jetzt angefangen angefangen macgyver zu gucken also nicht den alten macgyver sondern die neuen schatzi macht ich fand's gut originales beste ich finde den neuen aber gut na guck lass uns doch noch mal die von den neuen folgen gucken na schatzi fällt da nicht mir fällt da ist halt nicht macgyver so wie man kennt der hat jetzt ein größeres team und die unterstützen den und ist jetzt mit firmen was gemeckert ist das machen ja alle mit cyber mit cyber über cyber 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 macgyver der macht mit einem nadel und macht da was rum und hat atombombe und nicht cyber 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 ja dann macht er doch da auch zu wenig ja der macht da wirklich wenig der macht so zwei kurze sachen dann wird das auch erklärt also da muss ich echt sagen da gebe ich meiner frau wirklich recht also mir fällt die serie so an sich gut bloß mit diesen hin und her also wenn er da irgendwas fummelt und so ein bisschen ausführlicher also die die serie ist komplett auf action getrimmt so wie die neuen serien halt sind haben dann so ihren faden den muskelprotz und klar also wirklich das ganz stupide der muskelprotz dann die frau die am pc sitzt so wie bei allen amerikanischen serien mittlerweile und dann macgyver und der wird dann halt von denen unterstützt und dann hat er dann ein zweimal so eine idee da und dann macht er das und das war das und beim ursprünglichen macgyver war das länger da haben sie das richtige zeigen sie da auch richtig aber da ging es ein bisschen länger was der da gemacht hat und haben sie auch erklärt und hat er nicht nur ein zweimal sowas gemacht da hat er drei vier mal in der serie was gemacht in einer folge und jetzt ist es nur ein bis zwei mal pro folge und das ist halt für mich auch ein bisschen wenig aber so action ist da und der die schauspieler gefallen mir auch so dann habe ich jetzt angefangen wie ihr mir beim letzten video gesagt habt da ist eine neue serie da anime kingdom habe ich jetzt angefangen echt geil habe ich mir gleich hintereinander alle drei folgen die momentan zur verfügung stehen ring gedreht echt geil also habt ihr mir wirklich ein newton tippe die finde gut da warte ich jetzt schon händeringend auf neue folgen es ist ja schon staffel drei da also wesentlich dass da auch nachschub kommt also wirklich cool so dann kommen wir zu dvds und bluways da habe ich mir gekauft guardians ja sagt man sagt euch jetzt bestimmt nix ist ist halt guardians das ist halt so die die russische antwort auf x-men und guardians of galaxy und so weiter auch mit mutanten und so das ist ein absoluter trash film der ist so trash dass er schon wieder geil ist meiner frau hat er nicht gefallen deswegen haben wir nach einer halben stunde ausgemacht ja was waren mit den sätzen hier das ist wie borscht ja das waren so lustig gemeinte sätze oder falsch übersetzt ne denk ich nicht das sollte das ist glaube ich der russische witz gewesen ja das brennt wie nach borscht oder oder kriegste durchfall das brennt wie nach borscht oder oder ich mache einen guten borscht oder oder mit facebook ja wir haben den gefunden ihr müsst dahin da ist ja wie habt ihr ihn gefunden er hat sich auf facebook angemeldet ohne scheiß sind so sätze aus dem film ja es war lustig aber nicht weiter sehenwert ja die animationseffekte also die spezialeffekte die sahen gut aus die fand ich gut die story so ein bisschen platte aber es ist halt ein trashfilm aber an sich war er gut russischer film wobei die russen gute filme machen können beste beispiel dafür ist nicht nur die märchenfilme die einige von euch ja aus dem ost noch kennen die meisten aus dem westen kennen die alten ostmärchen leider nicht hexe baba jaga zum beispiel gebe ich da nur anspruch nach der wende gab es richtig geile filme aus russland und das ist wächter der nacht und wächter des tages war jetzt nicht so wächter des tages war jetzt nicht so wächter der nacht und nordschneudersorn hieß der nordschneudersorn nordschneudersorn ja der war richtig gut also die können die russen können gute filme machen und das ist aber jetzt auch ein guter aber halt voll trashig und ich glaube der soll auch so sein der soll so sein oder ja der soll so sein also kann ich euch empfehlen guckt mal rein das ist wirklich so ein trash film der so trashig ist dass das schon wieder geil ist so leute dann haben wir es jetzt so geschafft wir sind fertig wie gesagt ich werde euch alle links zu den filmen wieder unten und serien da unten in die infobox packen da habe ich amazon links wo trailer dazu gefunden habe und allgemein was ich bei amazon geguckt habe zu ein zwei sachen habe ich die bei netflix gibt die bei amazon nicht gibt habe ich euch imb oder wie das heißt drin geklatscht dass ihr euch da infos durchlesen könnt ja filme also tv habe ich nicht unten drin gemacht weil es ist tv genau ich werde aber noch zu incorporated macgyver und animal king die links werde ich noch zusammensuchen und euch unten runter machen dann könnt ihr da ein bisschen was dazu lesen ich werde jetzt hier irgendwo noch eine infokarte wird hier irgendwo sein irgendwo da oben in der ecke ich weiß ja mal nicht welche ich glaube die ecke ist es aber ne ich glaube eher die ecke und dann werde ich ja wie gesagt unten alle drin hier auch irgendwo videos verteilen und ein abonnierknopf ist hier irgendwo da und hier werde ich euch zwei drei videos reinpacken die vielleicht auch noch interessant für euch sind checkt aber auch die infobox oben aus da habe ich auch noch ein paar videos drin für euch ich bin dann erstmal weg wir sehen uns im nächsten livestream oder video ich sag euch einen wunderschönen Ahoi sagt euer Odin